Wir beide, leider. Wo seid ihr gerade? 20 km nördlich der französischen Küste. Genau. Also zwischen Schiffen und den Clippen. Hallo 50 plus. Den French Cliffs. Ja. Er ist bestimmt auf 60. Ja, Speedy zieht sich aus. Ich flieg parallel jetzt zu ihm. Ja, auch zu mir. Ja, ich lass da ab. Ich bin auf deiner hohen... ...11 Uhr. Auf Kondens. Der Rolf gerade? Ja. Okay, komm ich mal ein bisschen höher. Ah, hinter mir kommt da einer rein. Schau doch mal. Auf deiner 3 Uhr gibt's Schiffe und auf deiner 7 Uhr. Ja, ich meinte die auf der 3. Ähm, hinter mir kommt gerade einer rein. Oh, ja, ja, ja. Von den Schiffen aus sehe ich jetzt. Das ist ne Spooky. Ja. Ja. Er kommt ein bisschen nahe gerade. Mit meinem Geschmack. Hat auch ziemlich viel Dampf drauf. Ja. Eben. Viel Dampf im Kessel. Er gehört dir, Karaya. Kannst ihn jetzt abschießen. Ach, wenn du ihn schön gerade ziehst, ich stütze gerade von oben rein. Er hat, glaube ich, schon einen Muffensau, kann das sein? Karaya hat ihn doch schon längst abgeschossen, das ist doch... Ne, er hängt mir noch am Arsch jetzt, warte. Das, das kann nicht sein. Karaya, was da los ist? Ja, Karaya, äh... Ich hab ihm was drauf gegeben, aber er... Ich weiß nicht wie viel... Nichts Kritisches. Ja, er schießt nicht mehr auf mich, das ist mir schon... Ja. Das ist schon etwas. Ja. Macht er, macht er. Oh Mann ey, der war ja so lange unter der Motorhaube, ich hätte nur schießen müssen. Haben ihn drauf gegeben nochmal. Ja. Hart, Wasser. Zieht dir aber nach, Vorsicht. Naja. Soll ruhig versuchen. Spray it. Ja, soll er doch sprayen. Seine Graffitis. Naja, der steht jetzt durch. Ja. Na gut, der kommt's jetzt auch nicht nach Hause. Da ist... Da ist noch was unter uns grad durchgezogen. Ja, ne 109 hat mich grad unterflogen. Und beschießt wird's mich verarschen. Ne 109 hat mir grad den Flügel... Ne 109 hat mir grad den Flügel... Zerschossen. Oh ne ne, Wort. Das hatte ich aber heute leider auch schon einmal... Alter. Ich weiß nicht. Warte, John. Landeklappen-Kinematik ausgefallen. Aha. Na gut, ist nix wichtiges. Klingt... klingt nicht so schlimm. Nö. Warst du das, oder was? Das dürfte aber schon ein bisschen länger her sein, glaub ich, der grad angezeigt wird. Achso. Warte bei Dover. Bin auch wieder jetzt stücklicht um Frankreich unterwegs. Nein, da ist ne 109 jetzt gerade in dem Moment an einer Feindmaschine an sowieso aussieht dran. Sicher? Sicher? Und Canterbury inzwischen schon. Ach, über Land? Jo. Okay. Hallo? Oh, wir haben eine Hubsbidi hinter und unter uns. Ich dreh mal herum. Ja, ja, ich seh's. Und ich glaub das Problem eben war, ich hab keine gelbe Nase. Weil ich hab so'n... Der Skin ist nicht entscheidend. Es gibt ja eh keine Custom-Skins. Nicht? Ich dachte... Auch die internen Spiel-Skins nicht, sei denn du willst ne E1, aber du fliegst auf den E2N-Kar, gell? Nicht, okay. Ja, ja, okay, ja, gut, dann... Dann hast du eine gelbe Nase, und zwar sowas von einer gelbe Nase. Ja, dann gibt's erst recht keine Entschuldigung. Ist grad die Spitfire in der Lisa. Und schweigt ab. Ich geh jetzt eine auf Bad Dover an, die ist auf schätzungsweise 5... naja, 45. Victor, ja, ja, ich glaub ich seh, sie drückt grade an, ne? Ja, ja, hat mich schon nicht gesehen, ich geh da hoch. Das sind noch zwei Kontakte, die von Canterbury, äh, Richtung Dover stürzen jetzt. Naja, das wird vielleicht die 109 unter Feindflieger sein von vorhin. Okay, dann haben wir aber drei Kontakte hier über Dover. Einer zieht jetzt die... Ich seh grad, ich seh eine 109, die ganz steil hochzieht. Okay, ja gut, das... Vertikal fast am Propeller hängt jetzt. Ja, 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 seh ich. Okay, dann war der das, der grad über Dover zog. Interessant ist, wenn der Rolf in der Lisa ist. Super in der Lisa. Ah, jetzt super Doverhaar von einer Speed, die jetzt grad hochsteigt, ich geh drauf. Ja, die andere 109 stürzt auch. Versucht, ne 109, glaub ich, nachzusteigen. Ah ja. Okay, ich bleib mal oben. Naja, Speed stürzt drunter, fuck. Ich hab noch ne 109 durchgestürzt gerade. Okay, ne 109 stürzt mich an. Pass auf, die sind gefährlich hier. Kann machen was du willst, die Luftkämpfe machen heute einfach keinen Spaß. Ich glaub der geht dich echt an, kann das sein. Heuch aber ne Speed über Dover auf Halo 55. Vektor, wo rüber? Ist direkt unterwegs. Denk ich mal an. Geht, fliegt jetzt westlich raus. Ja. Oh, da ist noch ein Kontakt. Komm jetzt aber dover rein, ne? Halo 55. Ne, vorbei, gerotzt leider. Speed stürzt jetzt durch. Ich treffe jetzt grad irgendwie nichts. Ja. Speed ist jetzt in der Liste über Dover. Brennt geschossen. Na, hori do. Oh, schön. Ah doch, bei Gebäuddetails hoch sehe ich viel schönere Fenster und Balkon und die Dächer sind schön gedeckt. So langweilig aus wie vorher. Wenn dann schießt er ziemlich weit vorbei an mir. Was? Hm? Dazu ich wieder nach oben kommen. Ich hab, mein Motor ist glaub ich getroffen. Ich weiß nicht. Ruttet gerade ein bisschen. Das hatte ich auch schon mal. Wie ein Magnetausfall, ne? Ja. Das ist ja merkwürdig. Versuch mal auf dem anderen umzuschalten. Von manchmal geht das. Auf manuell? Ja, um. Ja, stellen wir auf M2 oder M1. Genau. Hast aber nur noch weniger Leistung. Okay. Mir ist ein ganzer Kiel nicht zugerechnet worden, weil da hab ich eine, die eine Spite der ich Wasser geschossen hab, die ist noch überhaupt nicht verrechnet. Okay, ich hab ein Spitfire vor mir. Ich muss mich rausziehen, ich glaub mein Motor ist kaputt. Ja. Ja. Feindpeilung, 15 Kilometern nördlich, der französischen Lücken gemeldet. Ja, da sind noch zwei Spitfires auf fünfeinhalb. Wäre dann auf unserer 2 Uhr ungefähr. Eine ist vor mir. Eine hängt mir grad noch dran. Wo bist du? Mittekanar, genau? Mittekanar, ja. 10 Kilometer nördlich von Frenchpoint. Okay, ich guck mal, ob ich hinter dir herkomme. Ja, Karaya, wir sind jetzt kurz vor Frenchpoint. Hallo 20 haben wir überflogen. Okay. Vielleicht können wir euch auch noch helfen. Äh, brauchst du? Ich komm direkt auf euch. Das weiß ich grad nicht. Ich glaube nicht. Weil jetzt deine schwarze Fahne hinter sich her. Ja, der hängt mir direkt am Arsch. Halt mal auf Frenchpoint und geh ganz tief runter, wenn's geht. Mach ich gerade. Aber ich seh grad einen Fahne ziehen vor mir. Wie hoch bist du aktuell? 1.000. Eine Fahne hab ich auch. Direkt auf Frenchpoint geradezu. Ja nix. Ich ziehe Richtung Marquise. Ah, schießt weiter. Fuck hey. Was soll denn das? Hallo 1.000. Jetzt 0 Grad, 11 Kilometer. 100, 400. Ich bin weit oben, für 4000 bin ich jetzt, hallo 40. Wie weit bist du an Frenchpoint ran, Wade? Äh, 5 Kilometer noch. Ja, dann müsste ich dich eigentlich sehen. Hast du da kühler? Scheiße jetzt. Ja. Wie hoch bist du jetzt? Äh, Deck. Die Spit ist mir direkt am Arsch gerade. Östlich oder westlich von Frenchpoint. Oh ja, ich seh euch, glaub ich. Krieg Flag. Ja, ja, ja. Ich seh's, ich seh's. Ja. Direkt unter mir. Ach da. Ja. Wir helfen dir. Ja. Oh ja, komm mal gut rein. Die hängt ganz nahe, ja. Ja, ja, ich weiß. Ja, ich seh. Die einfach weiter durch. Komm mit Full Speed. Karaya kommt auch mit rein. Der scheint nicht zu wissen, was er tut irgendwie. Vielleicht zu schnell sogar. Was macht der denn da? Ja. So durch. Ja. Ich häng mich mal dahinter. Oh. User joined your channel. Die Vertikale hoch. Ja. Was macht der für ein komisches... Der ist jetzt komplett. Eben auch gemacht. Was macht der für ein eigenartiger Manöver hier? What the fuck? Der wird's wieder rein. Ich bin schon dran wieder. Ja, ich rotz hin gerade. Ja, ich komm ran. Was sind das mit denen? Den aber nicht. Ja, Vorsicht, der hängt noch nie mal an dir. Viele Treffer mitgegeben. Hat die Motorhaube, glaub ich, wieder verloren. Irgendwas ist abgefallen. Ja, war die Motorhaube. Okay, danke. Ah, ich bin frei jetzt. Der Typ. Jawohl, knall nochmal voll rein. Ah, das bin ich dich. Das ist irgendwer anderer. Das Rittmeister. Ja, ich bin das. Ich seh den aber nicht. Ich seh jetzt die Flak links vor mir. What? Du überholst die Speedcard. Vorsicht. Flak, wo ist der Typ? Er ist hinter dir direkt. Er hat 6 und schießt auf dich. Du hast schon Wasser. Nee. Meine Gurke ist okay. So sind's. Hallo. Hallo. Hey, continue. Servus. Hallo. 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 Na gut. Wie geht es? Wie steht es? Wie geht es schon? Hallo. Vielen Dank.